Das passiert, wenn Du Salz in Deine Schuhe streust, eine alte Tradition neu entdeckt. Salz ist seit Jahrhunderten ein fester Bestandteil in vielen Kulturen und hat weit mehr Anwendungsmöglichkeiten als nur Würzen von Speisen. Es wird verwendet, um böse Geister abzuwehren, Glück zu bringen und sogar um das Wohlbefinden zu fördern. Aber hast Du jemals darüber nachgedacht, was passiert, wenn Du Salz in Deine Schuhe streust? Klingt ungewöhnlich, oder? Lass uns diese alte Tradition erkunden und herausfinden, welche positiven Auswirkungen sie auf Dein Leben haben könnte. Wenn Du noch nicht Teil unserer großartigen Gemeinschaft bist, dann laden wir Dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Beiträge mehr zu verpassen. Nummer 1 – Symbolik und Tradition In vielen Kulturen symbolisiert Salz Reinheit und Schutz. Es wird oft bei Ritualen und Zeremonien verwendet, um negative Energien abzuwehren und einen Schutzkreis zu bilden. Wenn Du Salz in Deine Schuhe streust, bringst Du diesen Schutz direkt in Dein tägliches Leben. Die Vorstellung, dass Salz böse Geister fernhält, kann Dir ein Gefühl der Sicherheit und des Schutzes geben, besonders wenn Du Dich in neuen oder unsicheren Situationen befindest. Nummer 2 – Physische Vorteile Neben den symbolischen Bedeutungen gibt es auch physische Vorteile, die das Streuen von Salz in Deine Schuhe haben kann. Feuchtigkeitsregulierung Salz hat hygroskopische Eigenschaften, was bedeutet, dass es Feuchtigkeit anzieht und absorbiert. Wenn Du zu Schweißfüßen neigst, kann Salz helfen, die Feuchtigkeit in Deinen Schuhen zu reduzieren, wodurch Du Dich den ganzen Tag über frischer und trockener fühlst. Geruchsneutralisierung Die antibakteriellen Eigenschaften von Salz können helfen, unangenehme Gerüche in Deinen Schuhen zu neutralisieren. Indem Du Salz in Deine Schuhe streust, kannst Du Bakterien bekämpfen, die oft die Ursache von Fußgeruch sind und so für ein angenehmes Tragegefühl sorgen. Nummer 3 – Spirituelle Reinigung Die spirituelle Reinigung ist ein weiterer Aspekt, der das Streuen von Salz in Deine Schuhe zu einer interessanten Praxis macht. Salz wird oft in Reinigungsritualen verwendet, um negative Energien zu beseitigen. Indem Du Salz in Deine Schuhe streust, kannst Du Dir vorstellen, dass jede Bewegung, die Du machst, dazu beiträgt, negative Energien zu entfernen und positive Energien zu fördern. Es kann Dir ein Gefühl von Erneuerung und Klarheit geben, besonders in Zeiten, in denen Du Dich belastet oder gestresst fühlst. Nummer 4 – Erdung und Zentrierung Das Streuen von Salz in Deine Schuhe kann auch als eine Form der Erdung und Zentrierung dienen. Wenn Du das Salz in Deinen Schuhen spürst, kannst Du Dir vorstellen, dass Du eine stärkere Verbindung zur Erde und zur Natur hast. Dies kann besonders nützlich sein, wenn Du Dich abgehoben oder unruhig fühlst. Die Erdung kann Dir helfen, zentriert und fokussiert zu bleiben, indem sie Dir ein Gefühl der Stabilität und Sicherheit vermittelt. Nummer 5 – Historische und kulturelle Bedeutung Das Verwenden von Salz für verschiedene Rituale hat eine tiefe historische und kulturelle Bedeutung. In der japanischen Kultur zum Beispiel wird Salz oft bei Sumo-Kämpfen verwendet, um den Ring zu reinigen und böse Geister zu vertreiben. In der jüdischen Tradition wird Salz als Symbol des Bundes mit Gott angesehen und ist ein wesentlicher Bestandteil vieler Rituale. Diese historischen Verwendungen zeigen, dass Salz weit mehr als nur ein Küchengewürz ist und in vielen Kulturen eine wichtige Rolle spielt. Nummer 6 – Praktische Anwendung Wenn Du diese Praxis ausprobieren möchtest, ist es ganz einfach. Nummer 1 – Schuhwahl Wähle ein paar Schuhe, das Du regelmäßig trägst und das genug Platz bietet, um eine kleine Menge Salz aufzunehmen. Nummer 2 – Salzauswahl Verwende am besten reines Meersalz oder Steinsalz. Diese Sorten enthalten weniger Zusatzstoffe und sind natürlicher. Nummer 3 – Streuen Streue eine kleine Menge Salz in Deine Schuhe, etwa einen Teelöffel pro Schuh. Achte darauf, das Salz gleichmäßig zu verteilen. Nummer 4 – Tragen Trage die Schuhe wie gewohnt. Du wirst schnell feststellen, ob Du die Menge an Salz anpassen musst, um Komfort zu gewährleisten. Nummer 7 – Persönliche Erfahrungen und Geschichten Viele Menschen berichten von positiven Erfahrungen, nachdem sie Salz in ihre Schuhe gestreut haben. Einige fühlen sich energetisch gereinigt und geschützt, andere bemerken eine Verbesserung der Fußhygiene und des Komforts. Hier sind einige Geschichten von Menschen, die diese Praxis ausprobiert haben. Anna aus Berlin erzählt, ich war skeptisch, aber nachdem ich es ausprobiert habe, fühlte ich mich irgendwie sicherer und ruhiger. Besonders auf der Arbeit hat es mir geholfen, fokussiert zu bleiben. Marco aus München berichtet, ich hatte immer Probleme mit Schweißfüßen, besonders im Sommer. Das Salz hat wirklich geholfen, die Feuchtigkeit zu reduzieren und meine Schuhe riechen jetzt viel besser. Nummer 8 – Wissenschaftliche Perspektive Auch wenn es wenig wissenschaftliche Studien speziell über das Streuen von Salz in Schuhe gibt, sind die bekannten Eigenschaften von Salz gut dokumentiert. Seine hygrokoskopischen und antibakteriellen Eigenschaften sind bewiesen und seine Rolle in der Geschichte der Menschheit als Reinigungsmittel und Konservierungsmittel ist unbestritten. Es gibt also eine solide Grundlage für die Annahme, dass Salz positive Auswirkungen auf dein Wohlbefinden haben kann. Nummer 9 – Potenzielle Nebenwirkungen Während die meisten Menschen keine negativen Nebenwirkungen durch das Streuen von Salz in ihre Schuhe erleben, gibt es einige Dinge, die du beachten solltest. Wenn du empfindliche Haut hast, könnte das Salz Reizungen verursachen. In diesem Fall solltest du die Menge reduzieren oder das Salz in ein Tuch wickeln, bevor du es in deine Schuhe legst. Einige Materialien könnten durch das Salz beschädigt werden, insbesondere wenn es sich um empfindliche oder teure Schuhe handelt. Teste die Methode zuerst mit einem älteren Paar Schuhe. Unser heutiges Fazit Das Streuen von Salz in deine Schuhe mag auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen, aber es gibt viele Gründe, warum es sich lohnt, diese alte Tradition auszuprobieren. Von physischem Komfort über spirituelle Reinigung bis hin zu historischen und kulturellen Bedeutungen, Salz hat das Potenzial, dein Leben auf subtile, aber wirkungsvolle Weise zu bereichern. Also, warum nicht einmal ausprobieren? Du könntest überrascht sein, welche positiven Veränderungen es in deinem Alltag bewirken kann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald! Zuhören und bis bald!